Was ist die EFSA, die Europäische Lebensmittelbehörde? Wie gesagt, ich glaube, das System, was wir haben, ist ein sehr gutes, aber mit keinem System der Welt werden Sie alle Risiken gleichermaßen erfassen können. Ich glaube aber nicht, dass per se ein Laborfleisch oder ein Kunstfleisch gefährlicher oder gesundheitsschädlicher ist als jetzt ein Fleisch aus der Massentierhaltung, wo Sie Antibiotika-Rückstände drin haben, wo Sie vielleicht Pestizidrückstände drin haben aus dem Futter. Da sollte man schon auch gucken, dass man beides gleich bewertet. Das ist die EFSA. Das ist die EFSA. Das ist die EFSA.